Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr hattet euch eine Anleitung zu meiner Bluse Greta gewünscht und ich habe gleich mal ein Kleid rausgezaubert, aber ansonsten die Anleitung fürs Oberteil bleibt ja genauso. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Greta ist ein Schnittmuster für eine Bluse oder ein Blusenshirt, wenn du die Knopfleiste zusammennähst. Ist für Webware gradiert und das Schnittmuster enthält die Größen 34 bis 48. Der Hingucker ist natürlich die seitlich versetzte Knopfleiste, sieht richtig toll aus. Und das Schnittmuster bringt auch wieder zwei verschiedene Ärmelvarianten mit. Genau, los geht's! So, hier siehst du die eine Seite des Vorderteils mit der Knopfleiste, die ist dort. Und das Besondere ist, dass die Greta nur auf dem großen Vorderteil eben einen Abnäher hat. Die kleine Seite hat keinen Abnäher. Und das ist völlig okay so. Das ist auch so gewollt und die Buse sitzt trotzdem gut. Diese kleine Seite des Vorderteils hat dann natürlich auch den Beleg dabei. Das wird dann später die Knopfleiste, wenn das zusammengenäht ist. Das kommt so rechts auf rechts aufeinander. Und das ist natürlich auch zum Beispiel eine Möglichkeit, dem Ganzen noch ein bisschen Pfiff zu geben. Du könntest nämlich zum Beispiel alle Belege, die dabei sind, in einer Kontrastfarbe machen und das Ganze dann so von innen ein bisschen absetzen und einfach noch mal ein bisschen individueller gestalten. Also das sind hier alle Belege, die dabei sind. Das sieht auch erst mal auf den ersten Blick so ein bisschen komisch aus, aber das haut alles so hin. Das Rückenteil wird wieder im Bruch zugeschnitten und da hast du, falls du ein bisschen zum Hohlkreuz neigst oder es einfach ein bisschen Figurbetonte haben möchtest, Abnäher mit dabei, die quasi genäht werden können, aber nicht müssen. Ja, Greta kommt mit zwei verschiedenen Ärmelvarianten. Einmal ganz normal würde ich es nennen, geradlinig und schlicht. Du kannst beide lang oder eben auch kurz nähen, ganz wie du magst. Genau. Und das ist der Ärmel mit der Kräuselung. Das heißt, oben in dem Schulterbereich dort wird das Ganze ein bisschen gerafft und der fällt insgesamt ein bisschen weiter, dieser Ärmel und hat dann oben so ein ganz bisschen so ein gerafftes, puffiges, ja, so eine Optik, ne? Genau. Und das hier ist dann der ganz normale Ärmel. Und dabei ist auch noch ein Rüschenteil. Das ist der lange Streifen dort. Den könnte man quasi vorne mit an die Knopfleiste ranmachen, dann sieht das noch ein bisschen fluffiger aus. Los geht's mit den Belegen. Und diese werden natürlich erstmal mit Einlage verstärkt. Ich habe wieder die dünne H200 genommen und dann einmal richtig außenrum versäubert. Genau, da ist die dunkle Einlage drunter. Bitte aufbügeln und natürlich auskühlen lassen. Das ist auch immer ganz wichtig. So, dann geht es auch schon los mit der weiteren Vorbereitung. Ich habe in das große Vorderteil, so nenne ich es jetzt mal, das ist die rechte Seite, den Abnäher schon eingenäht und habe hier auch schon mal alles versäubert und die Knopfleiste umgebügelt. Ich werde die, damit sie schön weich fällt, dieses Mal hier nicht verstärken. Aber natürlich kann und sollte die verstärkt werden, wenn du Knopflöcher ran nähen möchtest. Ne? Genau. Und weil der Stoff so flutschig ist, werde ich sie auch erst einmal festnähen oder schon festnähen. Aber bitte oben am Halsausschnitt 5 cm noch offen lassen. Das ist ganz wichtig. Hier habe ich es natürlich schon zugenäht. Das muss sich dann nachher wieder auftrennen. Tja. Also du legst jetzt als erstes das Rückteil mit der rechten Seite nach oben zu dir, platzierst die beiden Vorderteile da drauf, rechts auf rechts und dann wird das Ganze an den Schultern eben zusammengenäht. Nun werden die Belege zusammengenäht. Das heißt, den rückwärtigen Beleg mit der rechten Seite nach oben hinlegen, die anderen beiden Belege drauf platzieren und alles dann an der Schulternaht zusammennähen. Du könntest natürlich auch jetzt erst den kompletten Beleg einmal miteinander versäubern. Das geht auch. Zusammengenäht sieht er nämlich dann so aus. Ja, so eine große Schlange. Weiter geht's jetzt mit dem Zusammensetzen. Und das hier ist jetzt quasi das, ja, das, die ganze Bluse, ne? Die Rückteile und das Rückteil und die Vorderteile sind zusammengenäht. Jetzt wird der Beleg drauf platziert. Bitte auch schön feststecken und dann wird das Ganze einmal entlang des Ausschnittes zusammengenäht. Also, ne? Das ist die rechte Seite, das Rückteil und das dann die linkere Vorderseite von der Bluse. Die Ecke an dem, ähm, oder an dem Beleg vorne, an dem kurzen Vorderteil, die muss eingeschnitten werden, damit dann, wenn der Beleg nach innen gelegt wird und du dann einmal oben lang bügelst, sich da diese Spitze schön ausformt, ne? Ähm, genau. Und dann wird der Beleg jetzt einmal auf die Innenseite geklappt. Und wie gesagt, die Kante schön bügeln. Und dann kann das Ganze dann auch demnächst abgesteppt werden. Aber jetzt gehen wir nämlich an den Knackpunkt der Knopfleiste von dem großen Vorderteil. Und jetzt wirst du auch gleich wissen, warum das oben offen geblieben ist. Jetzt wird nämlich die Knopfleiste, die du ja auf die linke Seite gebügelt hast, einmal auf die rechte Seite in dem offenen Bereich umgeklappt, sodass es oben eben bündig liegt. Und dann kommt der Beleg oben drüber. Das ist auch wirklich wichtig, die Reihenfolge, ne? Also, quasi die. In dem offenen Bereich wird die Knopfleiste rechts auf rechts nach außen drehen, oben den Beleg drüber klappen und da lang alles zusammennähen. Das Ganze sieht dann so aus. Ich habe jetzt hier natürlich noch die überflüssigen Fäden dran. Die werden abgeschnibbelt. Genau. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich wirklich hier sehr, sehr gerne die Schnittteile immer erst versäubere und dann mit der normalen Maschine zusammennähe. Wenn man sich mal vernäht, ist halt die Naht deutlich einfacher wieder aufgetrennt als die Overlock-Naht, ne? Ja, wenn jetzt alles einmal schön nach innen umgestülpt wird, auch da musst du je nach Stoff mal gucken, ob du an der Ecke oben noch was wegschneiden, einschneiden musst, dann sieht nämlich die Knopfleiste jetzt richtig schön aus und du musst nur noch diesen Rest oben eben wieder zusammennähen. Du kannst natürlich auch jetzt erst die komplette Knopfleiste nähen, ne? Also das macht wirklich mal davon abhängig, wie das Material ist, wie das liegt, ja, und wie fummelig das für dich ist, ne? Also ich mache es gerne so und bei dem Stoff sieht man es jetzt auch nicht. Wenn es ein heller Stoff wäre, hätte ich wahrscheinlich jetzt erst die komplette Knopfleiste einmal durchgenäht, ne? Ja, und so sieht das Ganze doch schon nach Bluse aus. Die Knopfleisten liegen übereinander. Jetzt kannst du natürlich die Knopflöcher reinmachen oder eben einfach alles schön übereinander platzieren und einmal dort zusammennähen. Das bleibt dir überlassen. Als nächstes kommen jetzt einfach die Ärmel wieder rein. Und wenn das passiert ist, dann mache ich so, weil ich ja das Ganze jetzt als Kleid nähe, ich nähe eine Seite vom Ärmel ausgehend nach unten hin zu. Aber auch wirklich nur eine Seite. Und die andere Seite bleibt offen. Ja, und hier siehst du auch, ich hatte mir den Beleg vorher von dem kleinen Vorderteil auch ein bisschen länger zugeschnitten. So sicher ist sicher, ne? Da wird jetzt einfach eingekürzt. Wichtig ist eben, dass hier das Vorderteil jetzt so von der Breite her ist, wie es passt. Eben entweder zusammengeknüpft oder zusammengenäht. Und ja, genau, eben auch versäubert. Als Rockteil habe ich mir einfach, ja, ein Stück Stoff in meiner Wunschlänge genommen. Also da habe ich mir vorher überlegt, wie lange ich das gern haben möchte. Und dann habe ich einfach einmal über die komplette Breite von 1,40 cm den Stoff abgeschnitten. Das Ganze wird ein bisschen gerafft bei mir. Ähm, genau. Einmal die Mitte markieren. Da habe ich eine kleine Stecknadel reingemacht. Und das wäre dann jetzt die Breite eines oder beider Rockteile eben gehälftet. Und die ist natürlich zu weit, um sie an die Bluse oben ran zu setzen. Deswegen muss der Rock gerafft werden. Und das habe ich wieder ganz einfach gemacht. Äh, das kannst du mit Framilon machen oder du kannst das auch mit dem Differentialtransport an der Overlock machen. Ich finde die ganz einfache, altherkömmliche Variante am besten, ähm, indem ich oben einfach wieder einen Faden, ähm, einnähe und an diesem Faden entlang eben den Rock so raffe, dass er ran passt. Das finde ich deshalb am schönsten, weil ich dann auch immer nochmal nachjustieren kann. Ähm, während des Zusammennähens, äh, ist alles gleichmäßig gerafft. Will ich irgendwo nochmal raffen, ähm, möchte ich ein bisschen Raffung rausnehmen. Also, mir ist das nach allem, was ich so ausprobiert habe, einfach die angenehmste Variante. So, nun heftest du den gerafften Rock einfach passend an das Oberteil. Und ja, die Mitte habe ich da markiert und lege das auf die Seitennaht. Und dann wird alles schön gesteckt und einfach zusammengenäht. Und wenn das alles zusammengenäht ist, dann nähst du die zweite Seitennaht einmal vom Ärmel ausgehend nach unten zusammen. Und dann ist dein Kleid eigentlich auch schon fertig und das muss nur noch alles versäubert werden, so wie du möchtest. Da das Ganze bei dem Stoff ein bisschen schwieriger zu erkennen ist, ich ihn aber trotzdem toll finde, habe ich ähm, dir hier nochmal eine Bluse gezeigt, die ich auch schon sehr, sehr gerne und sehr, sehr lang getragen habe. Ich hätte sie nochmal bügeln können, ich gebe zu. Aber so sieht das Ganze dann fertig aus. Oder eben so, ähm, in der Variante, die ich gerade genäht habe. Ich habe jetzt hier nochmal ein Gürtel genommen zum, um das Ganze ein bisschen zu shoppen. Ja, und bin sehr, sehr glücklich damit. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und du lässt mir ein Abo da und einen Daumen hoch. Und, ähm, ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Musik 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 Musik